Prasarita Pada Bhujangasana, die Kopra mit Beinen weit auseinander, ist eine Variation von Bhujangasana, welche auch die Hüftflexibilität fördert und die Rückbeuge auf eine andere Ebene hebt. Du kannst aber entweder die Beine recht weit auseinander machen, wie es Raffaela jetzt macht, du kannst aber auch einfach nur die Beine 70 Zentimeter weit auseinander geben, dabei entweder die Zehen nach außen oder nach innen. Wenn du die Beine zusammengibst oder auseinander gibst, werden jeweils andere Rückenmuskeln und andere Gesäßmuskeln gestärkt. Es gibt ja oft die Frage, soll man in der Kopra die Füße zusammenhalten oder auseinander? Meine Antwort ist, es ist gut, meistens die Zehen zusammenzuhalten und die Fersen auseinander. Es ist aber auch manchmal gut, die Fersen ganz zusammenzugeben, dort werden die Rückenmuskeln in der Nähe der Wirbelsäule stark gestärkt. Und manchmal ist es gut, die Füße auch 50 bis 70 Zentimeter weit auseinander zu geben oder noch weiter, wodurch du wieder andere Rückenmuskeln, andere Gesäßmuskeln stärkst und auch das Becken auf eine andere Weise in der Rückbeuge entwickelst.